Ich geb dir ne Chance im Schweiz, dann ist dein Leben perfekt, Baby, ich steig, steig ein, und ihr zeigt es leise. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, mal ganz kurz eine Frage, wie findet ihr gerade, dass ich die ganze Zeit einen Daily Upload mache? Gefällt euch das? Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr meint, dass es zu viel ist, dann... Er kackt voll rein, ne? Really? Hallo? 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 Hallo, bitte, Herr, ich bin Christa, ich bin von Polizia. Ach, hallo. Okay, super. Ich putze da einfach rein. Ey Leute, der Typ von Ikea ruft mich gerade an und ich dachte, dass er keine Ahnung wäre und ich putze da einfach rein. Auf einmal, hallo, hier ist der von Ikea. Ja Leute, auf jeden Fall, ich schreibe doch mal ganz kurz, wie ihr das findet, dass ich momentan richtig aktiv bin. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, lau nach oben. Und Leute, ich habe hier einmal den Marcel dabei, aka Autonom. What the fuck? Ja Leute, und wir haben uns gedacht, wisst ihr was Leute, wir haben was richtig krasses für euch. Bro, willst du was sagen, ey? Jo, ich würde es einmal so sagen, ich denke mal, jeder, wo uns verfolgt hat, so autonom an sich so, weiß, autonom ist entstanden durch Herr Ratsch. Herr Ratsch ist seit Anfang an dabei so, er hat es dem groß gemacht, er hat mir geholfen, er hat mich unterstützt. Deswegen bin ich jetzt hier, wo ich jetzt auch bin, so, dank ihm, muss ich ihm echt dafür danken. Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Ja, nee, und dann habe ich mir auf jeden Fall gedacht, so, Weihnachtszeit steht so vor der Türe, so, ist zwar jetzt ein bisschen spontan so, vielleicht wird es dann auch erst nach Weihnachten so was für euch sein, aber wir werden auf jeden Fall einen fetten 100 Euro Gutschein für euch verlosen. Und ich denke mal, davon könnt ihr euch fett was holen, so fett shoppen. Und ich denke mal, da ist ordentlich was drin, so als kleines Dankeschön, so für die Fans von Herr Ratsch, so, ihr habt mich supportet, ihr habt mir gefolgt, ihr habt Bestellungen gemacht, so, ihr sorgt dafür, dass ich jeden Tag arbeite wie so ein Hassler hat. Also, Leute, ihr habt gerade richtig gehört, wir verlosen jetzt zusammen einmal einen 100 Euro autonomen Gutschein und, Leute, zweimal noch jeweils 50 Euro autonomen Gutschein. Ja, Leute, was ihr dafür tun müsst, ist einmal geht auf autonom, Leute, und abonniert seinen Kanal, den haben wir gerade ganz frisch für euch gemacht, der ist ganz oben in der Videobeschreibung, Leute. Folgt ihnen, da suchen wir dann Gewinner aus, und was ihr noch tun müsst, ist, Leute, folgt einmal meiner Merchshop-Seite, Leute, und ihr seid automatisch mit dabei. Wann suchen wir die Gewinner raus, Digga? Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach so, am 23. kommt eh dein Merch online, dann machen wir am 23. die Verlosung, dann habt ihr an dem Tag das krasseste vom krassesten Tag, ich glaube, der krasseste Tag so im ganzen Jahr, so, heftiger kann es nicht werden, am 23. kommt sein Merch raus, so, wir schaffen da zusammen dran, so, er wird mit dran verpacken, er wird bedrucken, er wird alles machen, dazu wird wahrscheinlich noch Näheres kommen, so, auf jeden Fall wird es heftig, so, dann kriegt ihr noch Gutschein für autonom. Tag später ist Weihnachten, dann ist ja auch schon vorbei, also, wie kann das Jahr besser enden? Also, Leute, wie gesagt, ey, also, ich glaube, ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keinen, der wirklich so an seinem Merch so krass mitarbeitet, ich sag mal, vorm Bedrucken, Falten, Einpacken, Verschicken und alles mögliche, Leute, also könnt ihr euch quasi sicher sein, dass ich an jedem Teil mitarbeite und da was gemacht hab, und natürlich Marcel auch, und wie gesagt, wie er das gerade gesagt hat, wir machen das Ganze dann zusammen, Leute, und wie er es gerade nochmal gesagt hat, am 23. kommt mein Merch online, Leute, und ich kann euch mal auch kurz unten in der Videobeschreibung die Seite zeigen, dann könnt ihr auch schon mal so ein bisschen durchstöbern und gucken, wie es euch gefällt, wie das Ganze aufgebaut ist und alles, ganz unten in der Videobeschreibung, also das heißt unten, unter seinen YouTube-Account, Leute, checkt das doch mal ab, und... Wenn ihr auf der Seite seid, wir haben da auch so ein Gästebuch-Eintrag, da könnt ihr dann auf einmal vorbeischauen, wie ihr sagt, so, ey, will eure Meinung wissen, schreibt es da rein, was ihr geil findet, was ihr vielleicht verbessern würdet, so, würde uns auf jeden Fall interessieren, so, vielleicht kann man was verbessern, so, was verändern vor dem Release noch, so, wäre auf jeden Fall mega geil, so, wenn ihr da eine ehrliche Meinung habt, Wenn ihr Ideen habt, Leute, wir sind für alles offen, schreibt die ruhig da rein, was wir besser machen können, und, 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 Leute, ähm, ich hab noch was richtig krasses geplant, ey, soll ich das denn auch schon sagen, für den Merch, bei den ersten 100 Bestellungen? Ich denke mal, so einen kleinen Ansatz kann man mal bringen, definitiv Also Leute, ich habe ja gestern schon ein bisschen dazu gesagt Und zwar Leute, ich sage es mal nochmal ganz kurz Unter den ersten 300 Hoodies verlose ich, also was für verlose ich Da ist automatisch eine Autogrammkarte dabei Und eine Fannummer Leute Also bei der Fannummer Leute kann ich euch nur sagen, ihr müsst da schnell sein Ich weiß es nicht, wenn es zu viele sind, kann ich da nicht jeden antworten Deswegen, ich gebe mein Bestes Und bei den ersten 100 Bestellungen Leute haben wir uns sowas Geiles ausgedacht Das hat noch gar keiner Ohne Scheiß, das haben wir noch bei niemandem gesehen Allgemein, das ganze Ding ist special Jede macht bei irgendwelchen komischen Merch-Seiten so Wir machen eigene Seiten so krank Und höchstens machen die bei einem immer so einen Fan-Autogramm-Cut Und das war's Und wir haben gleich drei Sachen Leute, das dritte ist einfach so cool Sollen wir das sagen? Ja man, mega Also Leute, guck mal, wir haben uns gedacht So, weißt du was, da es gerade so ein bisschen kalt ist und alles Haben wir uns so einen kleinen Teddybär ausgesucht Und da ist noch mein Name extra signiert quasi Und Leute, ihr habt da noch so einen kleinen Teddybär mit dabei So, wie geil ist das denn, finde ich Wie findest du das? Mega geil, mega Und passt natürlich zu King und Queen so Nicht jeder hat seine Queen, nicht jeder hat sein King Und durch das Kuscheltier hat jeder sein King oder seine Queen Und Leute, jetzt kommt nochmal was richtig krasses, ey Ey, was ist das bitte, ey Leute, auf jeden Fall haben wir gerade Also wir sind seit Tagen dabei Wir machen gerade so krasse Sachen zusammen Und mein Song, Leute, viele wissen es Und wir haben das jetzt alles gemacht, Leute Und zwar kommt mein Song auch mit dem Merch online Auf iTunes, Amazon und Spotify Was war da noch, ey Apple Music, Google Play, Leute Da wird mein Song überall erhältlich sein Für schlappe 99 Cent, glaube ich Nicht mal Euro Genau Also Leute, mein Song wird dann rauskommen Ich kann euch mal ein kleines Beispiel geben Ja, Leute Das war so ein ganz kleiner Teil davon Ey, Leute, ohne Scheiß, seid gespannt, ey Es wird mega Mega geiler Song, wirklich Da steckt so viel Liebe von ihm drin So mega krass Ich hatte Pipi in den Augen Vor allem, Leute Ey, dazu gibt es noch so eine krasse Geschichte Ich habe mit einem Kollegen Er kannte einen, wie heißt das Ein Masteror oder sowas Und der hat die von Crow gemacht Von Sido und alles Und dann hat er ihn meist zugeschickt Und ihr solltet halt dafür bezahlen Ist ja klar, so alles schön und gut, Leute Und dann hat er mir so eine Scheiße zugeschickt gehabt Das war so ekelhaft gemischt, so Und ich kann euch das mal in einem anderen Video erzählen, Leute Was da passiert war Ich habe noch ein paar Screenshots und alles Wie viel Geld er von mir wollte für nichts, sozusagen Kann ich euch ja mal zeigen, wenn ihr Bock habt Und ja, Leute, wie gesagt Ja, wir können auch sagen Seid gespannt, Leute Es kommt demnächst so übertrieben krasse Sachen auf euch zu Die Leandro-Lopez-Verlosung läuft auch noch, Leute Da könnt ihr auch noch etwas gewinnen Und ich finde mal, Leute So als kleines Dankeschön Gebe ich euch jetzt mal gerne wieder was zurück Einmal hier im Autonomen zusammen, Leute Und dann nochmal In Kooperation mit Leandro-Lopez, Leute Könnt ihr euch eine Sache aus dem kompletten Shop aussuchen Ich glaube, die Verlosung endet in drei Tagen, glaube ich Ich bin mir nicht ganz sicher In drei oder vier Tagen endet die Verlosung Und dann werde ich auch ein Video machen, wer dann gewonnen hat, Leute Und hier geht sozusagen für mich ein kleiner Traum in Erfüllung, Leute So, ich stelle dir mal vor So, wie krass ist es Wenn du durch die Stadt gehst Und andere Leute, Fans, Zuschauer Siehst, die deine eigenen Klamotten anhaben So, für mich ist das echt krass, Leute Und dass wir innerhalb von einem Jahr so viel geschafft haben, Leute Ist echt unnormal krass Und dafür möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken, Leute Ohne Scheiße, ein Jahr, Leute Und wir sind schon so weit gekommen, ey Und ich freue mich jetzt so übertrieben auf das Jahr 2017 mit euch zusammen, Leute Und dass wir in das Jahr 2017 noch alles, noch komplett alles auseinandernehmen werden Und ey, ich kann es gar nicht glauben, Leute Ich habe einfach mit YouTube angefangen Und bin jetzt schon so weit, ey Ich hätte das nie im Leben gedacht, Leute Niemals wie möglich gehalten, ey Ich habe es mir erhofft gehabt, irgendwann mal so viele Abos zu haben 50.000, 100.000 Aber dass das in so einer kurzen Zeit geht Dass wir so schnell, so krass gewachsen sind Ey, das ist unnormal geil, Leute Und dafür möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken, Leute Ihr seid die Besten Ihr seid die Krassesten Und Leute Und nur noch circa eine Woche Und dann kommt mein Musikvideo online, Leute Darauf könnt ihr euch auch echt extrem freuen, Leute Da steckt mega, mega viel Arbeit drin Und seid einfach nur gespannt, Leute Nächste Woche kommt dann noch mein Musikvideo online Und ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt, Leute Denn da steckt wirklich so übertrieben viel Arbeit drin Beim Produzieren und alles Und allein beim Videodreh, Leute Deswegen, ich hoffe es einfach, dass es euch gefallen wird, Leute Ja, Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da Und wie gesagt, fürs Gewinnspiel einmal autonom abonnieren, Leute Und meine Instagram-Shop-Seite Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, Leute Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder Macht's gut und haut rein Tschüss